Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu Rainbow Six Siege. Wir sind in der Fort Base, zusammen mit den Downcar, den Kuntran, den X-Lear und natürlich auch den Kapuzen, Johannes. Alter, hast du einen für einen? Steht da Kickboxen drauf? Sieht nicht schlecht aus. Hallo Baby. Mit seiner Wallenmähne. Warum bringen die für die sinnlosesten Operators solche Skins raus? Die sieht aus, als ob die gerade auf dem Fitnessstudio kommt und jene auf die Fresse hat, den sie anquatscht. Richtig. Die wollte gerade heimgehen und dann haben sie gesagt, wie wir brauchen dich. Ich glaube, damit haben sie den eigenen Gag aufgenommen, weil sie ja sonst auch diese Turnschuhe trägt. Sie hat die rosa Turnschuhe an, im normalen Skin. Ja, jetzt weißt du aber, Kickboxen, jetzt weißt du, wo sie kann. Kickboxen steht auch einfach so. Und sie hat Beatskopfhörer, ja, kann auch sein. Alles on point. Oder Dr. Dre, man weiß es nicht. Boah, ist das leistig, wenn die Gegner so lange laden. Das ist so anstrengend. Wollen wir mal, Dr. Dre ist Beats, oder? Ich glaube ja. Ist er jetzt Apple? Bei Dr. Dre. Bei Apple? Bei Apple? Bei Apple hätte ich auch gekauft. Echt? Ja. Wo so dauernd so Rauch rauskommt. Beats bei Dr. Dre. Mit Nebelmaschine. Auf der Seite kommt so Vapejuice rein. Direkt ins Gesicht. Aus dem Mikro. Das ist kein Mikro, was da dran ist. Sondern du kannst da ran ziehen. Hier ist Looplog, falls du zuhörst. Mach mal Kopfhörer, wo du da ran ziehst. Wir tragen ja auch in dem Video. Guck mal, jetzt ist das direkt vor dem Mund. Sagst du, wie willst du das finden? Ja, dann musst du nicht mehr in die Hand nehmen. Einfach kurz ans Mikro. Dann dran ziehen. Richtig. Nice. Was machst du da Alex? Bist du ein Sansack? Naja. 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 Komm. Wir haben halt einfach die besten Ideen. Boah, wie sieht die aus. Hallo, wie die aussehen. Die sieht das... Also ich mein, das gibt es eigentlich lustig. Das sieht ja noch schlecht aus. Ach du. Ila. Stimmt. Was sind das für Kopfhörer? Du sollst dich konzentrieren. Die ist gerade aus dem Kulak, glaub ich. Wo kam jetzt einer raus? Hier ist alles zu, auf jeden Fall. Jetzt geht es bei Damage. Irgendwo kam einer raus. Jupp. Das ist immer noch so wie früher. Können wir hier durch. Sarah, haben die irgendwie Strom bis hier? Also dahinter sehe ich nichts. Aber da liegt ein Mute-Ding sieben Meter. In dem kleinen Nebenraum müsste das sein. Das kann ich auf jeden Fall auch sehen. Oben hängt eine Kamera von Valkyrie jetzt. Oben rechts. Warte ich mal links auf. Was? Mal links auf. Alles klar. Haben hier so viel, wo hier irgendwas kommen kann. Die Valkyrie-Drohnen. Entweder ist hier drüben einer drinnen oder das Gas. Geh mal links rein. Au. Da ist einer drinnen. Ja. Komm noch mal Gas. Oh da steht da einer. Irgendwo da. Wenn man halt mal durchs Gas gucken könnte. Aber nie. Ich call man. Telefonkonferenz. Das ist gut auf Deutsch. Hier war einer. Ja. Der callt immer. Okay der ist down. Moment einer kommt raus. Da kommt einer raus. Da kommt einer raus. Links am Fenster. Links am Fenster Jungs. Ja. Oh Gott. Ich hab drauf geschossen. Ich hab ihn sogar getroffen. Noch einer oder was? Nein ich hab Dalu gekillt. Der lebt noch. Dalu hat ihn gerettet. Sachse willst du rein? Links links. Du hast ihn auch gerettet. Weil ich ihn auch gehabt hätte. Komm Sachse. Rein. Ja. Haben wir ein bisschen Druck da. Ich denke dann ihr habt jetzt ein. Ihr habt noch drei Gegner. Zwei Gegner sehr schön. Da in dem Raum müsst ihr sein. Ja Klett. Was am Boden. Der vier kommt. Sachse. Ja sehr gut. Das kam von links oder? Links ist sie ja. Ich call nochmal. Kannst du ihn rausbeheten? Ich call nochmal. Hm. Oh. Oh. Die hängen in der Ecke drinnen. Ja bleib mal so. Bleib mal so stehen. Naja die guckt hier zwischen dem Fenster. Jetzt muss sie laufen. Oh. Ich wurde entdeckt. Boah. Ja finde mir auch keine Deckung. Ich bin aber gesportet. Leute das ist ja eine krasse Ecke. Eine krasse Ecke. Kann man da rein? Nehm doch dann einen anderen Weg oder? Ja. Die kann ja nur da herkommen. Was ist das so eine Scheiße? Wenn einer die abfängt. So Sachse rein. Ich wollte da runter. Dann muss ich doch rein. Hab sie down. Ich bin auch down. Und umdrehen dann direkt. Ja das war der. Ja ich bin auch down. Boah Sachse ist der letzte Gegner. Er läuft zu Alex um ihn zu finishen. Fuck hier ist die Hand. Oh nein. Hab nicht aufgepasst. Das wirst du nicht schaffen. Bei den anderen beiden. Oh je Mine. Wo ist denn? Über dir ist eine Kamera. Ich weiß. Links da ja. Rechts jetzt. Da drin? Ja und dann schon weit. Du hast viel getroffen. Links. Okay sie ist gleich rechts weggelaufen. Ja. Boah haben wir gut gewesen. Leider die Runde. Ja im Optimalfall alle zusammen gehen. Also zwei Leute haben sich ja gesplitten und sind in die Traps gelaufen. Ey das ist. Jugend sind die Leute. Die Reflexe. Naja aber was hast du für eine Waffe gehabt kaputt. Also sogar eine Main Weapon. Nein das ist die Second. Aber die Main schießt viel langsamer als die Main. Deswegen wenns jetzt schnell gehen muss nehme ich die Secondary. Die ist schneller. Ja aber du brauchst auch viel mehr Treffer mit der CZ um einen zu töten. Ja mit der. Ja aber mit der müsste ich. Der erste Schuss der müsste dann treffen. Und das ist wahrscheinlich. Unwahrscheinlich wenn der so schnell ist. Beim Kunden hat erstmal mit minus 5 Punkten hier. Ja das war halt ärgerlich. Woher musst du viele Punkte gemacht haben. Und am besten immer beim Schild bleiben. Ich? Alle. Du und Kunda. Ja ich. Wollte halt umlaufen. Ich hätte ja auch wahrscheinlich geschafft hätte ich auf die Bärenfalle aufgepasst. Ja aber das ist es ja ne. Wenn wir zusammen bleiben die Chance war ja super hoch. Er droppt einfach nicht die Westen. Ja du kannst das machen wenn keiner das drin steht. Ja wenn wer von mir steht dann kann ich sie wahrscheinlich nicht droppen. Ja richtig. Aber du bist ja der Einzige der sich beschwert hat. Weil wir los wollten um unsere Sachen zu machen. Genau wie du. Ne ich wollte hier nur hinschalten. Ja und wir haben schon angefangen zu verstärken und Sachen zu machen. Äh Außenmauer hier. Wo ist noch? Eine Wand. Ja. Weniger Salz. Und links auch noch eine Wand. Haben wir noch Wände? Äh. Ja ich hab noch eine. Ja hier. Da hinten neben dir ja. Ne neben dir oder? Da noch. Ja da auch ja. Ja. Haben wir alle Kameras? Eine hab ich noch. Es war noch. Hier waren zwei. Ja ich hab auch. Scheiße wo ist die hin? Ich hab noch ein Schild. Will das werden? Oh das ist wieder so ein. Mach ich zu sagst du ne? Ja ja. Ja. Und dann. Hier ist ganz Arsch da drin glaube ich. Nö das glaube ich nicht. Na? Na ja kommt von der Richtung. Ich hab Angst dass man irgendwas durch die Wand glischen sieht oder so. Oh Achtung Achtung. Ja ist weg. Ist weg. Diese Bomben. Diese Bomben. Diese Bomben. Ok ok. Alter ist das laut. Wir sind hier an der Wand. Irgendwo wird aufgeschmeißt. Wisst ihr wo? Ja. Äh um genau zu sein. Zwei Leute sagst du links. Was? What is happening? Wird das Haus eingerissen? Gefühlt schon. Oh Gott das. Mh. Einer oben aufm Balkon. Geradeaus durch. Angeschossen ist Ash. Können du rein? Oh ich hab den einen so gut gegeben. Der hinter mir am Fenster liegt auch. Damit hat nur noch die Hälfte. Das war der der in meine Goose gelaufen ist Alex. Ja der war hier. Könnte sterben. Überlebste. Ich bin full flashed. Rechts von der noch. Andocktür ja. Der ist down. Aber nicht död. Also draußen ist noch einer. Jawoll das war meiner. Da kommt noch ein sehr gut. Alle Türen sind jetzt wieder mit Nadeln auf der Seite. Irgendwo hier wo ich springe. Ja ja auf der Seite sind überall Nadeln. Der kommt da erstmal nicht raus. Außer er macht sie kaputt. Das heißt ich kann ihn dann callen. der ist hier. Ja. Hinter der Tür ist in eine Nadel gerannt. Hat hier eine Mine gelegt auf meiner Seite. Holt mich jetzt. Ist immer noch zwischen den beiden Räumen. Hat nen Durchgang. 75% Leben. Du hast ihn grad rechts gesehen. Das wird knapp beim Aufheben. Hat das echt kaputt gemacht. Ja aus dem linken Raum. Aber denkt er hat nen Durchgang. Er kann in beide gehen. Die Kamera über euch ist noch ganz. Ich könnte sogar noch spotten wenn er aus der Tür raus kommt. Wenn ich Loch sage ist das die aufgesprengte Metallwand. Ja. Die in dem Flur ist. Ich hab halt Angst dass er irgendwie doch hinter mir noch kommt. Er ist von den Steps her immer noch in den beiden Räumen. Los da wo. Gut hören. Immer noch. Jetzt. Er kommt. Jetzt langsam. Alex rechte Tür. Ja. Okay. Der wollte warten ob wir peaken ne. Der hat echt Defense gespielt. Wow. Nett. 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 Nett hat er geschrieben. Ja. Kennst du nicht? Ist ein berühmter ESL Spieler. Das kenn ich. Nett. 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 Ne Canal. Was für ne Sprache ist das ja spanisch? Oder so ne. Temos sopol nagon eres ufopenistz. Das Blog hört sich's nich an. Ich hab ja das Genital gemeint. Autopalleier. Autopalleier. Ja richtig, das könnte wirklich sein. Autopalleier. Autowaffe oder sowas. Autopalleier, das sind alles Automatikwaffen. Ich glaube nicht, dass es ein Lob war, dass du gut gespielt hast. Ich hoffe, du warst gut. Keller. Keller. Jo. Steht ja Mute. Oh fuck, ich bin keinem Sachsen, stehe ich jetzt. Lol, man kann da rausfahren, aber nicht mehr rein, ist auch geil. Oh. Das stirbelt. Ich und die haben ne Frost. Pff, der hat dich gesehen da. Oder ich reingesprungen bin. Weißt du was für ein Merkensfit ist? Wir haben das ja lange nicht gespielt und gefühlt hat sich eigentlich nichts geändert, oder? Also haben wir auch nichts gepatcht. Ich weiß nicht, ob irgendwas geändert ohne ist, aber... Wo ist ein Deck? Wo ist die Kamera? Ja. Immer noch. Hier hinten. Wo, 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 wo? Durch den Lüftungsschacht. Hinten Richtung diesem Turm. Daxe, ich hab einen geradeaus. Hier ist nicht verstärkt. Hier ist das Ding auch nicht hier außen. Lass lieber auf die andere Seite. Daxe, das ist gefährlich mit der Kamera. Ich geb dir aber Backup. Daxe, kommst du mit? Ich könnte aufmachen. Nee, die schießen da durch. Okay. Daxe, kommst du mit? Das ist der Trick glaub ich bei denen. Ich glaub nicht, dass die wirklich einen Trick haben. Also... Die sind nicht schlecht. Aber ich glaub auch nicht, dass die... Trick haben? Ja, irgendwas krasses drauf haben. Also keine ESLs. Kaput, so geh mal da weg. So, jetzt hab ich den Gegner nicht erschienen. Ich hab den Kopf gesehen und wiss gesagt, in der Sekunde vorab nicht getauschen. Ich hab nicht gesehen, dass du da auch piekst. Aha. Der Savekill ist weg. Äh, die Drohne ist an mir. Okay, das ist einer von euch. Daxe ist fast hier. Hier Löscher drinnen. Ja, Kilometer bitte, nein. Fuck, da komm ich nicht rein. Also es scheint nicht hier oben zu sein. Bei mir unsere Türe einfach. Ich hab trotzdem mal ne Clay gelegt. Ja. Ja, das ist ja auch... Also es scheint trotzdem nicht oben zu sein. Fenster irgendwo links ist aufgehend, richtig? Ja. Aber nicht oben. Also vielleicht... Erdgeschoss hilft uns. Warte, ich fahr mal ins Erd... Feind draußen! Da kommt er. Ja genau die Meile. Der hat mich gekillt. Kommt ihr den? Ja. Ah, kaputt ist halt in der Cam geblieben. Ja. Ja okay. So. Da hab ich ein... Da haben wir glaube ich aber soweit ich gesehen hab, konnte ein keiner drin. In dem Raum. Weil meine Kamera hat soweit noch ausgehalten. Geh mal hinter... Oh, Vorsicht! Wuh! Ja ja, ich weiß. Ich hab gesehen, die Trace ist erst gesehen. Bei dieser Garagentür ist da so ein Minutrafen. Ich werd gespottet hier drin. Sagst du in dem Raum. Ja ja, die Kamera da. Ja, ich übernehme. Shit. Mein Schild ist da. Von oben glaube ich. Von der Treppe. Oder? Kann ich die aufheben gleich? Einer Treppe noch da. Bei der Treppe ist einer down. Im Linksraum ist einer. Ah, ich bin gleich auch so gut wie tot. Im Tab-Raum. Man sieht deinen Fußgrund an. Ja. Einer low. Wo? Oh, ich treffe ihn nicht. Wo ist der? Da sind zwei Stück vor mir. In diesem... Wenn du da reingehst, geradeaus du ich jetzt sozusagen. Genau, noch einer muss da sein. Es sind zwei. Einer ist in dem Nebenraum. Also in diesem... Links, ja. 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 Genau da, da. Da hat sich einer bewegt. Na gut. Achso, ist ja vorbei die Runde. Kann man jetzt durchlaufen. Soll der raufen? Ja, das war gut. Ja, ich hab nur der nicht ganz aufgekriegt. Du hattest noch geschnappt. Jep. Das war gut. Uh. Ja, wahrscheinlich bist du nicht erster, oder? Ah, ne. Haben sie das geändert oder hast du dir das gekauft gerade? Das sind die Elite-Skins, die neuen. Okay, die neuen. Also die neueren. Aber auch schick. Ja. Die Lippen sind ganz nett. Obwohl... Ey, guck dir mal, das hier hat doch Kontaktlinsen drin, oder? Grüner Augen. Eigentlich normal. Hat Smoke auch. Man sieht so abgesprochen ab, weißt du? So mit der Brille grün und der Spun grün. Jaja, ich hab das durchblickt. Ja, das ist eigentlich Kontakt. So. So. Äh. Ich denke mal, wir müssen oben auch defen. Das war das glaub ich, der oben man... Ja, wo die Frau Wolf ja. Äh. Ja. Drei Drohnen müssten jetzt kaputt sein. Ich hab auch eine kaputt gemacht. Vier Drohnen. Du warst aber auch unten bei mir. Die haben schon mitgezählt. Werd die noch entdeckt? Ich glaube, ich hab unten was bringen. Ne, ne, ne. Ich war woanders. Also, ich hab eine kaputt gemacht. Wenn du drei hast, dann wird... Ich hab eine. So. Ich hab noch Wände. Brauchen wir irgendwo Wände? Also, ja, überall, aber wo soll ich? Kein Deckard. Du weißt es echt besonderlich. oh da wir müssen auf jeden fall nach der links aufpassen nach wo nach hier links nach hinten ok da ja 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 oh shit da ist ja das sehr offen das soll ich zumachen da alles was denn ich weiß nicht wo du bist ich bin bei dem raum das licht blendet da extrem ich seh da nix ja hier raum wird aufgeschweißt wir werden gepflegen große fronttür ist offen der raum ist aufgeschweißt ja aber ist ja tappen ne das heißt ja 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 ich bin auch ich stehe auch drin gut ach so dadurch wie schnell ich da verdammt mal denk dran kaputt man kann dich jetzt sehen oh shit ok ich gebe dir backup von oben wenn das passiert ich bin ready der hat einfach einfach nur sein köpfchen gezeigt die tür bei uns kommt aus dann sagst du pass mal auf dass du durch die tür kommst unten ist einer ja in dem nebenraum war einer ich bin jetzt down und sie können jetzt haben wir den hat immer noch gepflegt er tappt hab einen nice das war der er steht ja das war dem aah leute das läuft ja richtig gut hier denn das läuft ja wir wieder wir sind gleich nicht mehrMakeיח ohne drei zehn kills hat der alex ja und leider sieht man sich die neue проис schon von der kurzen frau da und noch und die Klamotte die sich anhären sind nicht so geil sagst du nöd er ja ja ripped hier sie das nicht aus Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.